Ja, schön, Walter, dass du da bist. Danke, Stan. Ich denke, man hat dir noch nie eine Frage gestellt, nehme ich an, nicht wahr? Selten. Ganz selten, ja. Ist was ganz Neues für dich. Wir haben einige Fragen reinbekommen, so werde ich versuchen, einige heranzunehmen. Habt bitte Rücksicht, dass ich nicht alle Fragen nehmen konnte, aber die wichtigsten habe ich genommen und ich hoffe, so den Bogen gespannt zu haben, von allen Fragen etwas genommen zu haben. Gut, Walter, Walter Veith, du hast diesen Herbst ja hier in Deutschland zwei Wochen eine neue Serie gehalten, Sturm aus dem Norden. Es gab viel positive Zustimmungen aus den Gemeinden, das wissen wir in unserem Livestream, in unseren E-Mails, bei einem Vortrag der König des Nordens, Teil 2, wo es um die Juden und das vergessene Volk der Kassarien ging, gab es einen kritischen Artikel. Worum ging es denn eigentlich bei diesem Vortrag? Kannst du dazu was sagen? Ja, worum ging es bei diesem Vortrag? Es ging darum, dass in der Welt Gruppen sind, Menschen sind und auch das ganze Volk, das jetzt das Volk Israel ist, die behaupten, dass sie die Ahnen, die buchstäblichen Ahnen sind von den Stämmen Israels. Und die Frage ist, gibt es noch diese buchstäblichen Ahnen dieser Stämme? Wahrscheinlich ja, aber verteilt und aufgenommen in anderen Stämmen, in anderen Nationen. Die zehn Stämme, die zuerst in Gefangenschaft gingen, die wurden zerstreut im Assyrischen Reich und verschwanden. Es gibt viele Theorien über wo sie sind und ob sie sich als Volk zusammengehalten haben, aber geschichtlich ist da wirklich kein Beweis, dass sie sich je als Volk noch identifizieren konnten. Sie sind zerstreut worden. Und dann die Stämme, die noch hielten, Judah und Benjamin, die in Israel war, in Jerusalem, diese Stämme haben natürlich das Gleiche erlebt. Erst kam die große Zerstörung, 70 nach Christus, und da wurden sie vernichtet oder wenigstens zum Teil und dann haben sie sich wieder aufgebaut und dann wurden sie wieder zerstört in einem gewaltigen Anfall der Römer unter Kaiser Hadrian und er hat dann auch die Religion quasi verboten, den Sabbat verboten und das Volk zerstreut und nach diesen Zeiten später kamen dann die Islamiter und haben dann diesen Teil besiegt und seitdem sind diese Völker eigentlich aufgenommen worden unter anderen Völkern. Es gibt einige, die glauben, dass sie die buchstäblichen Ahnen heute sind und die gibt es überall in der Welt. Es gibt die britischen Israeliten, das ist die Armstrong-Lehre unter anderem und die behaupten, dass die Stämme, die zehn Stämme, die sind irgendwie nach England gekommen und das sind die Briten und die sind jetzt die Ahnen und darum werden sie auch die buchstäblichen Versprechen bekommen, dass sie die buchstäblichen Versprechen der Bibel für sich in Anspruch nehmen und in diesem Reich, das kommt, die Welt regieren. Natürlich, einige regen sich darüber auf und sagen, da ist überhaupt kein Beweis dafür und glauben, nein, das sind nicht nur die Briten, also England und die Nachkommen in Amerika, sondern alle die Stämme, die in Europa waren und somit ist dieser Gedanke auch zu meinem Land nach Südafrika übertragen worden und da gibt es Leute, die glauben, sie sind die buchstäblichen Ahnen von den zwölf Stämmen und sie haben eine ganz außergewöhnliche Theologie und oft mit Rassismus verbunden und naja, das ist schon problematisch. Also, gibt es diese buchstäblichen Stämme noch? Und die Antwort ist, nein. Es geht um ein theologisches Prinzip. Wenn da keine buchstäblichen Ahnen sind, in diesem Fall, sagen wir mal, direkt von dem Stamm Judah oder irgendeiner der anderen Stämme, dann können die Versprechen auch nicht buchstäblich übertragen werden. Und dann im geistlichen, theologischen Sinn, die Versprechen nach dem Neuen Testament sind übertragen worden auf die christliche Gemeinschaft. Denn wenn wir in Christus sind, dann sind wir Abrahams Samen. So, das Ziel war buchstäblich, um zu zeigen, da sind keine buchstäblichen Ahnen und im geistlichen Sinne ist es übertragen worden. Also, die Theologie, die heute die Welt prägt in den evangelikalen Kreisen, die ist nicht haltbar, nicht physisch und nicht theologisch. Danke, das war also der Sinn und das Ziel des Vortrages. Jetzt gab es ja einen Artikel von EANN, welcher dir ja ungeheuerlicherweise auch Dinge vorgeworfen hat wie Holocaust-Leugnung und Antisemitismus. Wie denkst du darüber? Ja, ich würde sagen, enttäuschend. Enttäuschend. Was ist Antisemitismus? Wenn man glaubt, dass eine bestimmte Rasse auf Erden naja, nicht so gut ist wie eine andere Rasse. Eine Überheblichkeit. Jetzt, ich komme aus Südafrika und da haben wir diese Gedanken schon immer gehabt. Rassismus war ja Teil in der Apartheidslehre von unserem Land. Und sogar als junger Junge habe ich das gehasst. Aber alle, mit denen ich zu tun hatte und auch in meinem Studium, die waren auf der anderen Schiene. Als ich auf die Universität kam, da habe ich mich beteiligt an der Politik. Ich war ja nicht Adventist, ich war ja Atheist. Da habe ich mich beteiligt an der Politik und mich stark engagiert an der Seite gegen diesen Rassismus. Bei der Universität haben die Studenten, die älteren Studenten mich einmal gefasst, haben mich auf die Erde festgedrückt und gesagt, wie darfst du gegen das, was die Väter und das Land und das lehrt und die Regierung sagt, wie darfst du dagegen angehen? Da habe ich gesagt, weil das nicht richtig ist, das ist unfair. Da haben sie mir alle Haare abgeschoren. Alle Haare abgeschoren. Da sahen die dann aus, du hielst ja. Wir waren noch mehr runter. Das Interessante ist, wir hatten da gerade die Festzeiten der Universität und ich habe noch mit Gott gespottet, denn ich war ja Atheist. Ich habe dann am nächsten Tag mir eine Gitarre umgehängt, ich habe mir einen Gürtel gemacht, wie ein Pfarrer und dann habe ich gepredigt, als ob ich gegen Rassismus und dergleichen predige. Und das war zum Scherz. Ich denke, der liebe Gott hat manchmal so ein bisschen Humor. Denn heute bin ich Christ und ich glaube, dass Jesus Christus für jeden Menschen auf dieser Erde gestorben ist und Rassismus in jeder Form und Art ist für mich verabscheulich. Ich weiß nicht, ist das ein gutes deutsches Wort? Gibt es sowas? Rassismus abscheuenswürdig, was auch immer. Aber Rassismus, ich hasse ihn. Ich hasse ihn. In den letzten Jahren meines Lebens an der Universität, als ich noch lehrte, wurde ich auserwählt und ich habe einen British Grant bekommen, ein Royal Society Grant für Reconstruction and Development, um diejenigen, die unter dem vorigen Apartheid-System gelitten haben, um denen auf die Beine zu helfen. Und die letzten 16 Jahren meines akademischen Lebens an der Universität habe ich mich dafür gewidmet. Und von meinen Studenten, die wurden Post-Harvard-Doc-Studenten, die sind nach Harvard gegangen, die sind nach England gegangen, zu den großen Universitäten und wir hatten Austausch. Also von wegen Antisemitismus, Rassismus, für mich, das ist tabu. Vielen Dank. Ich denke, es war auch nicht fair, so einen Vorwurf überhaupt in die Welt zu setzen. Noch eine Frage kam rein. Du hast gesagt, in Israel leben keine echten Juden mehr, sondern meist Kassaren oder deren Nachkommen. Ich habe gesagt, heutzutage hat der Begriff ja einen theologischen Sinn, aber wenn es kam zu dem Stamm Judäa, das war ein physischer Begriff, ein politischer Begriff. Sie hatten ein politisches Gebiet. Die jüdische Religion ist in der ganzen Welt verbreitet. Diese Religion gilt unter schwarzen Leuten, the black Hebrews zum Beispiel. Und ich hatte auch die Gelegenheit, mit einer der Königinnen, sogar die oberste Königin, die älteste, von den black Hebrews persönlich zu reden. Die war bei meinen Vorträgen. Und die leben auch da um Jerusalem und glauben, sie sind die buchstäblichen Ahnen durch Salomo zum Beispiel von diesem Stammbaum. Und dann gibt es natürlich auch andere Nationen. Viele sind ja Juden geworden und haben den jüdischen Glauben angenommen von anderen Stämmen. So, der jüdische Glaube ist nicht weg. Der jüdische Glaube existiert noch. Es geht rein um das Versprechen. Das Versprechen ging an die zwölf Stämme. Existieren diese zwölf Stämme als zwölf Stämme noch? Ja oder nein? Ja. Sie existieren nicht mehr, richtig. Ja, vielen Dank für diese Erklärung nochmal. Eine weitere Frage ging ein. Da heißt es, es wurde ein Zitat von Ellen White gelesen, dass wir die Botschaft der Pioniere verkündigen sollten. Ist dies aber nicht problematisch in einigen Feldern, weil sie auch gewisse Irrtümer vertraten, wie zum Beispiel den Antitriniaturismus, also gegen die Trinität predigt? Ja, als die frühen Menschen zusammenkamen, die den Glauben hatten an die Wiederkunft Christi, da waren da ja viele Glaubensüberzeugungen, die vertreten waren. Und einige haben auch geglaubt, dass Christus nicht Gott ist. Und Ellen White hatte dann ganz deutliche Informationen, und wir können es ja auch lesen in ihren Schriften, dass er wohl Gott ist. Und sie redet von den drei Mächten im Himmel. So, weil da verkehrte Ansichten waren, macht das den Adventismus verkehrt, wenn es rechtgestellt wurde. Uriah Smith hatte sämtliche komische Ideen. Ich habe es ja auch in den Vorträgen besprochen. Er hat auch geglaubt, dass der König von Norden sei Türkei und nicht Katholizismus. Und er wurde ja auch zurechtgewiesen. Also verkehrte Ansichten, die müssen erst mal geläutert und gesäubert werden. Und dann, als es festgestellt wurde, durch Gebet, durch Bibelstudium, was ist Wahrheit, dann haben die meisten sich dran gehalten. Und der Geist der Weissagung, der hat es unterstützt und bestätigt. Es gab also auch ein Wachstum in der Pionierszeit. Natürlich gab es ein Wachstum. Richtig. Ist der Protestantismus über Nacht entstanden? Genau. Nein. Gut, vielen Dank. Dann kommt immer wieder eine Frage hoch und ich darf vielleicht bitten, dass wir drei Bilder mal kurz zeigen. Wie kann man erklären, dass am Grab von Ellen White ein Obelisk sich befindet? Das ist aufgenommen worden in diesem Sommer Oak Hill. Das ist der Friedhof bei Bell Creek. Das nächste Bild bitte. Und dann sieht man so den Friedhof und das nächste Bild. Und das ist also das Grabmal von Ellen White. Wie kann man das erklären? Wie kann man erklären, dass da ein Obelisk dran ist? Ein Obelisk, ein okkultes Zeichen quasi. Ja, das war damals gang und gäbe, wenn man sich den Friedhof ansieht. Da sind ja mehrere da. Aber muss ich mich festhalten an dem, dass da ein Obelisk auf diesem Grab ist oder muss ich mich orientieren nach dem, was geschrieben steht? Was hat sie gesagt über Freimaurerei, denn es wird ja behauptet, es ist ein Symbol, das durch die Freimaurer gebraucht wird. Was hat sie darüber gesagt? Ganz eindeutig, wir können nicht Teil sein von dieser Organisation. Und sie hatte auch faszinierende Erlebnisse mit Freimaurern, wo sie ihnen zeigte, dass sie auf dem verkehrten Weg waren und dass sie herauskommen sollten. Wir können nichts mit solchen Organisationen gemeinsam haben. Es ist ja interessant, da sind immer Haken, wo man seinen Zweifel drauf aufhängen kann. Und ich denke, das ist so eines der Fälle. Ich orientiere mich nach was steht geschrieben. Vielen Dank. Ich hoffe, dass es dann ein für alle Mal gelöst. Ja, noch eine weitere Frage kam, die im Prinzip schon mal gefragt wurde, aber ich stelle sie trotzdem hier nochmal. Einer schreibt hier, uns ist klar, dass wir die Gemeinschaft und die Gemeinde nicht verlassen sollten und dürfen, doch wie gehen wir damit in der Praxis um, wenn wir am Sabbat zum Beispiel im Gottesdienst hineinkommen und es werden falsche Theorien verkündigt und es werden Gottesdienste gehalten, die mit Rockmusik untermalt sind und so weiter, wo man sich nicht mehr wohlfühlen kann. Was mache ich denn dann? Und da ist vielleicht keine andere Gemeinde in der Stadt. Wie ich schon vorher gesagt habe, wir sind Teil der Gemeinde. Ich kann euch erzählen, ich war an einem großen Campus, sagt man das? Ja. Von eines unserer Universitäten, wo es ziemlich doll vor sich ging und da traf ich so einen ganz alten Prediger. Der kam zu mir nach einem meiner Vorträge, hat mich umarmt und er hat so ein bisschen geweint und wir haben schön miteinander geredet. Und dann sagte er zu mir, er ist in der Rente, aber er kommt jeden Tag, kommt er hierher. Naja, ich habe auch schon erzählt, dass die Mädchen liefen da rum und man wusste nicht, ob das ein Rock oder ein Gürtel ist, den sie anhaben. Aber dieser Mann hat sich ständig mit ihnen unterhalten und er hat sich zur Aufgabe gemacht, nicht sich zurückzuziehen, sondern um ein ermutigendes Wort zu bringen und einfach nur die Menschen wieder zu umarmen mit der Liebe Christi. Was mache ich mit meiner Gemeinschaft, wenn sie so ist? Was mache ich mit meiner Gemeinde, wenn es so vor sich geht? Ich habe letztes Mal gesagt, man soll sich nicht total zurückziehen. Dann geh wenigstens in die Sabbatschule. Zeig dein Gesicht, geh in die Sabbatschule und wenn die Sabbatschule auch komische Lehren vertreibt, dann bring das Gegenargument auf einer schönen Weise nicht zu argumentativ und wenn der Gottesdienst ist, so, dass man sich da überhaupt gar nicht mehr wohlfühlt, dann fang ein Hauskreis an danach, aber man ist noch immer Teil der Gemeinschaft. Und wenn da genug sind, fang eine kleine Gemeinschaft an. Wir haben ja die Gelegenheit, wir haben in Südafrika ständig neue Gruppen, die sich formen. Wir wollen, dass sie neue Gruppen formen. Denn der Geist der Weissagung sagt, in der Gemeinde müsste eigentlich nicht größer wie 50 sein, dann müsste sie sich trennen. Sonst wird sie Battle Creek, da kann man untertauchen und nichts tun. Verteilt euch. Wenn da fünf oder, ich sitze ja auf den Komitees, bei mir im Lande auch, wenn da ein paar zusammen sind, dann kriegen sie die Unterstützung. Wenn da über 20 sind, dann sind sie eine Gemeinde. Das ist nicht schwer. Gut. Nächste Frage. Soll man Anlässe wie Weihnachten zur Mission nutzen? Zum Beispiel in einem Art Weihnachtsbazar mit Kaffee und Kuchen und Verkäufe und so weiter. Wir haben doch eigentlich ganz tolle Richtlinien, was das betrifft. Da braucht man ja nur den Geist der Weissagung aufschlagen. Da wird gesagt, wir sollen nicht unser Geld sammeln durch Basar und Kuchenverkauf und dies und das und jenes, sondern das Beispiel vom alten Israel. Wenn der Geist Gottes dich bewegt, um Geld zu schenken für ein Werk, was ein gutes Werk ist, da brauche ich doch nicht einen Kuchen verkaufen. Dann hole ich das Geld aus der Tasche und gebe es in Gottes Werk rein. So sollten wir funktionieren. Und Weihnachten nutzen, Menschen für Christus zu begeistern und das bekannt zu machen. Zur Zeit Ellen White war Weihnachten ja ein christliches Fest. Ich kann mich entsinnen als Kind. Weihnachten, worum ging es? Es ging wohl um Geschenke und alle diese Dinge, aber worum ging es? Wir haben christliche Lieder gesungen, da wurde gebetet. Ich war Katholik, ich musste in die Messe gehen. Meine Mutter war Lutheranerin, sie ging in ihre Gemeinde. Jesus Christus war zentral, aber über die Jahre ist Jesus doch nicht mehr zentral. Der Weihnachtsmann in seiner Kutsche, der ist jetzt zentral. Und was weiß ich, für was für gespenstige Tiere alle zentral ist? Jesus ist zum größten Teil heute Nebensache. Und wir wissen, dass es ein Fest ist, was nicht aus dem christlichen Glauben hervorgeht, sondern aus dem heidnischen Glauben. Aber wenn da jemand ist, der noch glaubt an die erste Geburt Jesu, dann ist es doch gut, das zu gebrauchen, um ihn zu bringen zu der Wiederkunft Christi. Ich habe kein Problem, um irgendwas zu gebrauchen, um jemanden zu erreichen. Wir wissen von Fällen, die an einem Christkindersmarkt zum Beispiel einen Stand haben und Bücher verbreiten. Tolle Idee. Ich denke, es ist eine fantastische Idee, das zu nutzen. Absolut. Gut, weitere Frage. Werden Menschen auf der neuen Erde noch verheiratet sein und wird es dort Kinder geben? Ich habe es gerade im Vortrag behandelt. Es muss ein junges Ehepaar sein. Die Bibel sagt es ganz eindeutig, Geisterweissagung sagt es auch ganz eindeutig, wir werden wie die Engel sein. Jetzt muss ich auch immer zugeben, dass mich das recht viel gestört hat, denn ich hänge ziemlich an meiner Frau, obwohl sie nicht hier ist. Und ich habe immer zu ihr gesagt, der liebe Gott wird es nicht sehen, aber wir bauen einen kleinen Tunnel. Er wird es nicht wissen. Aber ich habe mein Problem überwunden, denn Gott ist ein Gott der Liebe und ich kann nicht urteilen, wie es sein wird. Ich kann mir nur vornehmen oder ich kann nur glauben, dass Gott für uns nur das Beste möchte, so was immer auch das Verhältnis ist. Es wird besser sein, als was es jetzt ist. Ich denke, darauf können wir vertrauen. Das stimmt. Nächste Frage aus der Prophetie. In Daniel 12, Verse 11 und 12, wird von den folgenden zwei Zeiten gesprochen. 1290 Tage und 1335 Tage. Jetzt ist die Frage, stehen diese Zeiten in irgendeinem Zusammenhang zu den 1260 Tagen? Was bedeuten die oben genannten Zeitangaben? Ja, ich bin altmodisch, sehr altmodisch. Und wenn irgendwie nur ein Hauch des Futurismus an etwas hängt, dann schwitze ich. Also die gute alte Auslegung ist, dass eine Prophetie gibt einen Rahmen. Eine nächste Prophetie darf diesen Rahmen nicht vernichten, darf ihn aber ausbauen. Genauso eine weitere, darf die vorigen nicht vernichten oder ändern, darf sie aber erweitern. Und so sehe ich Prophetie. Die moderne Tendenz ist, um Teile einer Prophetie zu nehmen und zu entfernen aus diesem Rahmen und irgendwo in eine andere Zeit hineinzulegen. Das ist Futurismus. Das ist, was die Jesuiten tun und das ist, was die Welt glaubt. Und da ist kein Hand und da ist kein Fuß, da ist kein Fundament. Das ist nur, wir haben was und wir können daraus basteln und bauen, was wir wollen. Diese beiden Prophezeiungen sind Teil der vorigen und haben darum mit den 1260 Tagen zu tun, die enden in 1798. Wenn wir die beiden zählen und wir gehen ein bisschen mehr in das Detail, von was da passiert ist, das Dekret ging hinaus, dass der Papst den Oberstuhl haben sollte, 30 Jahre vor dem er eigentlich ausgeübt wurde. Und dann kommen beide Zahlen gut hin auf 1798 und 1844. Und dann brauchen wir nicht uns zu überlegen, was in der Zukunft passiert. Noch ein Problem. In unseren eigenen Reihen werden diese Zeiten oft auch in die Zukunft, aber nach der Gnadenzeit eingeschalten. Und dann haben wir jetzt bestimmte Zeiten von so vielen Tagen oder Jahren, die, oder wie sie es auch sehen, tagen, buchstäblich, wo sie vorher prophetisch waren, werden sie jetzt buchstäblich und nach der Gnadenzeit. Jetzt frage ich mich nur eine Frage und das ist, nach der Gnadenzeit, was für einen Sinn macht es, ob ich weiß, das dauert jetzt noch zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen. Denn die Gnadenzeit ist schon vorbei. Man ist entweder gerettet oder man ist verloren. So die genauen Zeiten, die danach kommen, sind eigentlich unnötig, sind egal. So bleibt bei der alten Lehre und man kann nichts verkehrt tun. Das klingt gut und vernünftig. Danke. Eine andere Frage heißt wie folgt, die Bibel gebraucht oft die gleichen Symbole für Jesus und Satan und das bereitet manchmal eine Verwirrung. Zum Beispiel der Löwe. Das wird für Christus und für Satan gebraucht oder die Schlange. Es gibt ja auch das Zeichen mit der Schlange am Kreuz, Mose und so weiter. Wie siehst du das? Warum macht das die Bibel? Ja, die Rose. Die Rose ist ein Symbol Lucifers, aber ist auch ein Symbol Christi. Ja, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, denn alles, was auf dieser Welt ist, gehört wem? Gehört Gott. Und Satan macht ihm alles nach. Darum sagen sie ja, er ist der Affe Gottes. Er eignet sich alles zu, was eigentlich Christus gehört. Und er gebraucht das gleiche System. Er baut sich auch eine Dreieinigkeit, aber die ist Vater, Mutter, Kind. Er hat auch einen Vater, der Drache. Er hat auch einen Sohn, das Tier. Und er hat auch einen Heiligen Geist, der falsche Prophet. und er hat auch in seinem Sohn, dass alle ihm gehorchen. Er hat auch in seinem Sohn, er ist der Richter und wird nicht gerichtet. Sagt der Papst das nicht? Dass er der Richter ist und wird selbst nicht gerichtet. Er hat auch einen angeblichen Tod, er kriegt eine tödliche Wunde. Er hat auch eine Auferstehung. Er ist wirklich der Affe. Jetzt, wenn Christus diese Symbole auf sich bezieht, der Löwe, er ist der Löwe vom Stamm Judah, naja, dann ist das, was es ist. Dann wird Satan das Symbol auch für sich gebrauchen wollen. Und das ist sein Symbol für Babylon, seine Religion. Er gebraucht es für sich. Er ist die Schlange, die listige Schlange. Das Symbol, das Mose aufrichten musste, war die Schlange. Und dann fragt man sich ja, wieso gebraucht Christus gerade die Schlange als Symbol? Wann er, Christus, ist für uns Sünde geworden. Er war nicht sündig, aber er ist für mich Sünde geworden. Und da hing er am Kreuz. für mich. Und das ist ein passendes Symbol, wenn wir es verstehen, in dem Sinne. So ja, aber Christus zuerst, der Affe danach. Du hast gerade Stichwort Papst genannt. Eine Frage fragt folgendes, warum kann der Papst, der doch eine gute Bibelkenntnis haben müsste, Jesus Christus nicht erkennen aus den Worten Gottes? Ja, das hört sich jetzt hart an, aber die Bibel sagt, der Drache gab ihm seine Macht und seinen Stuhl und seine Autorität. Und Satan verstellt sich ja auch als Engel des Lichts und ich glaube, Millionen Menschen beten Luzifer an, ohne zu wissen, dass sie es tun. Und wenn man in einem Zinkretismus ist, so wie die Gläubigen waren, so wie das Volk Israel oft war, dann haben sie auch gebetet zu Yahweh, aber im Stil von Baal. Wen haben sie denn dann angebetet? Und dann übernehmt er das Gedankengut dieses Systems, infiltriert es und macht es zu seiner Kirche. Im Alten Testament wird Gott als Eifernder oder Eifersüchtiger Gott beschrieben. Im Neuen Testament heißt es, die Liebe eifert nicht und Gottes Liebe. Wie passt das zusammen? Gottes Eifersucht ist nicht unsere Eifersucht. Gottes Eifersucht ist ein Schutz. Er hütet, er passt sie auf, er umarmt sie, er liebt sie, aber er zwingt sie nicht, er gibt ihr den freien Willen. Und wo ist der Beweis, dass er ihr den freien Willen gab? Schau aufs Kreuz, Schau aufs Kreuz, nicht nur das. Wo ist der Beweis im Alten Testament, Schau aufs Lamm. So, diese Eifersucht ist nicht der gleiche, den wir haben, glücklicherweise nicht. Das ist schön gesagt, das stimmt. Noch eine Frage zur Offenbarung. Es gibt ja die sieben Posaunen in der Offenbarung und eine Frage fragt ihr, wiederholen sie sich ab dem Sonntagsgesetz noch einmal? Aber das hast du ja gerade eigentlich schon eh nicht beantwortet. Ja, ich habe den Rahmen von Offenbarung studiert. Ich glaube, da ist dieser historische Arm und da ist der eskatalogische Arm. Und die treffen sich in den großen Ereignissen der dreifachen Engelbotschaft und der Endgemeinde in der Mitte. und die Posaunen liegen im historischen Arm. Und darum lasse ich sie da liegen, wo der liebe Gott sie hingelegt hat. Gut. Dann noch eine Frage zu Mandalas, wie sie uns beeinflussen, die ja in den Schulen den Kindern gezeigt werden. Welche Wirkung haben sie? Was denkst du darüber? Das sind Methoden, die gebraucht werden, um einen hypnotischen Zustand zu erwecken. Und was es erreichen soll, ist um mehr zugänglich zu werden für bestimmte Gedanken und Ideen, Gefühle, die vielleicht missbraucht werden können oder ganz bestimmt missbraucht werden können durch andere Wesen auch. Also mit all diesem Zeug, was haben wir damit am Hut? Gar nichts. Genau. Gut. Ich denke, der Christ sollte immer klaren Verstandes sein und sich nicht in Trance oder in irgendetwas versetzen. Wenn wir mit Gott reden, dann haben wir eine Beziehung, wir reden mit Gott wie zu einem Freund. Ich brauche kein Ritual, ich brauche nicht plappern und ich brauche immer wieder das Beispiel, wie rede ich mit meiner Frau? und das sollte doch maßgebend sein, denn wir sind die Braut Christi nach Bibel. Also er ist der Bräutigam und wir sind die Braut und wie unterhalten wir uns? Muss ich ein Ritual ausüben? Muss ich mich auf den Boden setzen, meine Füße in einen Knoten bringen oder was auch immer und ein paar tausend Mal was vor mir her plappern, um meine Frau zu engagieren? Ich würde sagen, was machst du da? Ich sage, ich suche deine Andacht, wieso fragst du nicht? Ja, ich versuche doch hier, schau mal dieser Knoten, in dem ich schon bin. Ist doch eigentlich nicht logisch, oder? Wenn man eine Beziehung hat, dann redet man zu Gott, wie zu einem Freund. Einige haben gelehrt, auch in unseren Reihen, dass da eine ist, wie man zu Gott kommt. Und sie haben es auch gut gemeint. Und da war diese Lehre von wie man durch das Heiligtum geht, um zu Gott zu kommen, um ihn anzubeten. Wenn ich von einem Berg runterfalle, dann habe ich gar keine Zeit dazu. Da schreie ich nur, lieber Gott, hilf! Wenn da ein Ritual ist, dann ist es ein Problem. Denn es ist eine Beziehung, nicht eine Methode. Danke, ich denke, es ist sehr wichtig, das Evangelium ist einfach. Ist einfach, ja, ganz einfach. Kompliziertes. Ich kann mich erinnern, wie du mal gesagt hast, je größer das Kreuz, je größer der Hut, rennt weg. Ja. Wenn sie erst mal mit ihrem Batman-Mantel da ankommen und was weiß ich nötig haben, um sich zu erheben, dann Kopfschmerzen sofort bekommen. Es geht um Landleben oder um die Botschaft, wie wir in der Endzeit leben sollen. Das sind zwei Fragen, eine Doppelfrage. Wie kann man die Landleben-Botschaft mehr in den Fokus des Volkes Gottes stellen und können die letzten Ereignisse kommen, wenn wir noch keine Landarchen gebaut haben? Wir haben ja schon lange die Botschaft gehe raus, aber es ist nicht jedem möglich und die Botschaft sagt auch, so wie Gott es ermöglicht und die Botschaft sagt auch, einige werden gehen und den Weg vorbereiten. Vor Europa steht da geschrieben, wenn das nicht möglich ist, in dieser schrecklichen Zeit der Verfolgung, gehe von Dorf zu Dorf sogar. Also da, wo es nicht möglich ist, muss Gott andere Methoden gebrauchen, aber da, wo es möglich ist, tue, was Gott gesagt hat. Also es ist sinnvoll, sich darauf vorzubereiten. Ja. Sei gewillig, wenn Gott die Tür öffnet. Genau. Kommen wir etwas noch mehr in Richtung Wissenschaft. Eine Frage, die hier gestellt wird, geht über Akupunktur. Ist Akupunktur ratsam oder ist es eine okkulte Praxis oder Praktik? Es gibt immer zwei Möglichkeiten. Eine Art Akupunktur, was nicht eigentlich Akupunktur ist, gibt es auch in der Physiotherapie. Wenn man einen Muskel verzerrt hat und der hat sich verzogen, dann steckt man da eine Nadel rein und das verursacht einen kleinen Reiz und dann kann dieser Muskel sich entspannen. In dem Sinne denke ich, das ist ganz und gar angebracht. Aber wenn da dann solche Mappen sind, von wie das verbunden ist mit dem seelischen und mit dem physischen und dem paranormalen und so weiter, dann versuche ich so schnell zu rennen, wie meine Beine mich tragen können. Ich kann vielleicht erzählen, ich selber war ja Atheist und ich habe sehr gerne Squash gespielt. Ich habe jeden Tag Squash gespielt. Ich war auch gar nicht so schlecht. Und wir sollten ein großes Turnier haben und ich habe mir den Achillus Tendon fast abgerissen. Der hing nur noch an einem Stickchen. Und das große Turnier kam und ich bin zum Arzt und der Arzt hat gesagt sofort reparieren, operieren, das Ding wird sich nie von selber genesen können, wir müssen das zusammennähen und ich weiß das ja auch physiologisch, da schon sehr wenig Zellen, wie soll das sich so alleine reparieren. Aber ich wollte nicht sechs Wochen in Gips, da kann ich ja nicht dieses Turnier mitmachen. Und da bin ich so zu einem Heilpraktiker, habe ich von dem gehört, der gebrauchte Laser Akupunktur. Laser Akupunktur. Und der hat das dann mit mir gemacht. Und ich dachte, das ist ja Unsinn, der macht so piep, piep, piep. Und nächsten Tag bin ich wieder hin, ist ja nochmal, piep, piep, und dreimal. Und vier Tage später total gesund. Unmöglich. Physiologisch nicht zu erklären. Heute werde ich nicht mehr hingehen. Denn zusammen mit diesen Dingen hingen all die Charts und all der Hokus-Pokus und all die Esoterik damit zusammenhängt, hing da. Da wurden Pendulums gebraucht, um die Schwingungen und das Ora und der Gleichen zu bestätigen und ich war voll begeistert davon. Heute ich werde lieber sechs Monate mit Schmerzen rumlaufen, als für eine Sekunde zu dem wieder hinzugehen. Ergänzende Frage dazu, wie hältst du es mit homoeopathischen Arzneien? Was ist Homöopathie? Was ist Allopathie? Was ist Naturopathie? Pathogen ist etwas, was dich krank macht. Allopathie ist gegen das, was dich krank macht. Naturopathie ist natürliche Mittel eingesetzt gegen dem, was dich krank macht. Homöopathie, die gleichen Waffen gebrauchen gegen das Element oder was es auch immer, was dich krank macht. Das sind die drei Methoden, die in der Welt gebraucht werden. Die medizinische Welt gebraucht hauptsächlich Allopathie. Da ist ein Bakterium, den schießen wird tot. Antibiotika. Allopathie. Homöopathie, da ist ein Bakterium, wir ergänzen ihn, damit er sich zu Tode ausblüht, weg ist er. Es sind zwei verschiedene Methoden. Naturopathie, wir machen es dem Körper so leicht wie möglich, um sich selbst zu heilen. Wir geben ihm Wasser, wir geben ihm Kräuter, wir geben ihm gesunde Ernährung, wir geben ihm frische Luft, wir geben ihm Bewegung. Also für welches System stehe ich? Nummer eins. Naturopathie, das ist Adventismus. Wenn ich einen Virus habe oder ein Bakterium, das mich stört, wird Naturopathie mit der Zeit ihn überwinden. Sagen wir mal, ich kann ihn überwinden in 14 Tagen. Wenn er aber sehr virulent ist und ich habe keine 14 Tage, weil er mich in zwei Tagen tot machen will, was gebrauche ich dann? Allopathie. Weg mit dem. So, wenn ich Antibiotika vermeiden kann, jederzeit. Wenn es unvermeidlich ist, weil ich, wenn ich es nicht gebrauche, morgen tot bin, gebrauche ich sie. Ist doch logisch. Jetzt Homöopathie ist genau das gleiche. Einige homöopathische Medikamente sind nur Medikamente. Aber das Problem ist immer, dass wenn da etwas ist, was nicht so wissenschaftlich leicht erklärbar ist, dann hängt die Esoterik sich ewig dran und dann kommt jetzt der Gedanke, wenn ich dieses homöopathische Mittel gebrauche und ich tue die esoterischen Kräfte dazu, dann verstärke ich es. Also ich hole mir einen Guru, der seinen Satz sagt, ich schüttel es, ich verdünne es, und der Guru gibt seinen Satz und ich schüttel es und ich verdünne es und je schwächer das wird, je stärker wird die Potenz, aber nicht aufgrund des Inhaltes, sondern aufgrund der Esoterik, dann renn weg. Was haben wir damit zu tun? Also immer nüchtern denken, ist das ein Mittel, das rein ein Arzneimittel ist und ohne irgendwelchen Hokuspokus und komischen Nummern da drauf von 12 und 14 Mal Esoterik belastet, das suche ich nicht. Also was ich meistens gebrauchen würde, ist Naturopathie, wenn es nicht anders geht, Allopathie, eine Geisterweis sagung genau das Gleiche. Und wenn mal etwas natürlich ist, was helfen kann, was natürlich ist und in dem Bereich ist, aber nichts mit Esoterik zu tun hat, naja, dann ist es eine andere Sache. Also so natürlich wie möglich. Ja, das ist das Beste. Genau. Das ist auch unsere Lehre. Richtig, richtig. Gut, du wirst nochmal als Evolutionskreationsprofessor gefragt, in dem die Frage lautet, wo bringen wir die Dinosaurier in der Schöpfungswoche unter? Am sechsten Tag. Das war's. Wer sagt, die waren hässlich? Es ist ja möglich, dass da Vermischungen waren zwischen Tiere und einige nicht auf die Eiche gingen. Und wir haben so viele Legenden und so viele Geschichten von Drachen oder sogar rein historische Beschreibungen, wo dinosaurierartige Tiere perfekt beschrieben werden oder die Ickersteine in Peru, wo Menschen und diese Tiere aufgezeichnet werden. Ganz deutlich. Die waren vielleicht ganz süß und alle diese komischen Kopfformen, die sie hatten, das waren Musikinstrumente. Denn ihr wisst ja, dass das, was wir sind, was wir haben, wir wissen ja gar nicht, wie um es richtig zu gebrauchen. Diese Nasenhöhlen, die solche Probleme verursachen, das sind Musikinstrumente. Damit kann man einen Ton erzeugen. Das ist, wie Lucifer mit verschiedenen Stimmen singen konnte. Ich warte ja, bis der liebe Gott uns wieder beibringt, um das richtig zu gebrauchen. Und die Tiere, die haben jedes ihren bestimmten Ton und jeder Ton ist wichtig. und die Pflanzen und die Tiere sind integriert und die Stomata von den Pflanzen öffnen sich, wenn da Vogelgesang ist und der Gleichen. Wunderbar, wie die Natur integriert ist. Ich denke, die Welt war ein Chor zur Ehre Gottes und diese Strukturen, die die Tiere hatten, waren Musikinstrumente. Ich denke, wir können uns auf die neue Erde freuen. Ich kann nicht warten. Das wird sicher fantastisch. Die letzte Frage ist die schwerste Frage. Die ist auf einem Asi-Umschlag abgegeben worden und da steht drauf, was sind Wissenschaftler? Was sind Wissenschaftler? Naja, rein nach Definition sind Menschen, die die wissenschaftliche Methode gebrauchen, um etwas zu erläutern. Das heißt, da ist eine Wahrnehmung, da ist ein Experiment, da ist ein Resultat und das wird analysiert. Und da ist ein Anfang und da ist ein Ende. Aber die wissenschaftliche Methode kann für die Evolution nicht gebraucht werden, denn sie kann nicht empirisch geprüft werden. Darum liegt sie in dem Raum der Hypothese. Darf gar keine Theorie sein. Danke. Vielen Dank. Das waren die Fragen. Vielen Dank, Walter Veith, für die Beantwortung und danke auch Gott für dein enormes Wissen, was er dir geschenkt hat. Danke, bitte sehr, ich habe kein enormes Wissen. Es gab da noch einen Teil einer Frage, die ich angeblich nicht geantwortet habe und vor dem Menschen denken, dass ich es nicht antworten will. Es ging darum, ob ich ein Holocaust- Leugner bin. Nirgends habe ich je so etwas geleugnet und wir wissen ja, dass seit dem Sündenfall der Mensch unmenschlich ist, seinem Mitmenschen gegenüber. Das habe ich erlebt in meinem Land und ich glaube, in Deutschland haben sie genau das Gleiche erlebt. Also nirgends habe ich so etwas gesagt oder unterstützt. Aber ich weiß auch, dass alle dieser Rassen Hass in der neuen Erde nicht bestehen werden. Denn die Völker werden kommen vom Osten und vom Westen und wir werden alle zusammen sein als Brüder. Und ich bin fest überzeugt, dass diese Brüderlichkeit nur in Christus möglich ist. In meinem eigenen Land, wir hatten eine schreckliche Zeit mit Rassismus und das Tragische ist, es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Der Rassismus besteht noch immer. Er erscheint in verschiedenen Formen. Man versucht ihn da zu unterdrücken, dann kommt er da wieder hoch. Aber wenn wir in Christus sind, dann sind wir Brüder. Und wir können miteinander lachen und wir können miteinander weinen und wir können uns umarmen und wir können uns unterstützen und wir können zusammen essen und wir können zusammen in einem Haus wohnen und wir können Freunde und Brüder in Christus sein und ich wünschte mir die ganze Welt wäre schon da. Kommen wir beten. Liebe Heiland, die Welt hat Fragen und die Welt hat Sorgen und die Welt hat Hass und die Welt hat Streit und die Welt hat Schmerz und die Welt hat Krieg und die Welt leidet und nicht nur der Mensch leidet, die Tiere leiden mit, sie sehnen sich nach der Wiederkunft und wir sehnen uns mit ihnen. Ende das Leid schnell, Herr, komm, aber hilf, dass jeder die Botschaft der Erlösung noch ergreifen kann, so dass viele noch zum Glauben kommen können und eine Ewigkeit in Harmonie und Liebe ohne Schmerz miteinander leben können. In Jesu Namen, Amen. Amen.